Ein großer Weihnachtsbaum auf dem Reutlinger Marktplatz, das ist in der Vorweihnachtszeit fast schon Tradition. Auch in diesem Winter soll wieder ein solcher Baum aufgestellt werden. Deshalb sucht das städtische Tiefbauamt Fichten oder Tannen aus dem Reutlinger Stadtgebiet. Die Bäume sollten eine Höhe von etwa 10 Metern haben. Transport und Fellkosten werden übernommen. Melden kann man sich per Mail an weihnachtsbaum.reutlingen.de oder telefonisch unter der eingeblendeten Nummer. Die Suche läuft bis zum 10. November.